Seit Jahren gehört die Firma Kopp zu den erfolgreichsten Herstellern von Elektroinstallationsmaterial. Kopp betritt jetzt im Smart Home Bereich mit der sich selbst aufbauenden intelligenten Vernetzungstechnologie die nächste Evolutionsstufe. Blue Control – basierend auf dem weltweit genutzten Bluetooth-Standard. Die App dient als Fernbedienung zum Schalten der Verbraucher und steuert im Hintergrund zeitbasierte Funktionen, wie zum Beispiel Rollladen öffnen oder schließen. Der Einstieg kann mit nur einem Aktor und ohne ein Gateway erfolgen. Es lässt sich jederzeit bis hin zu einem ganzheitlich gesteuerten Smart Home erweitern. Die im Haus verbauten Produkte sind immer auf dem neuesten Stand, dank automatischer Updates. Das smarte Energiemanagement von Kopp zahlt sich in barer Münze aus. Der Hybrid-Wechselrichter ist sowohl an der Photovoltaikanlage als auch an der Batterie angeschlossen und somit entstehen keine Transformationsverluste. Bei der Hausbatterie stehen zwei Typen zur Auswahl. Die Metallhydrid-Batterie kann durch Refresh sogar mehr als 20 Jahre konstant leistungsfähig bleiben. Die Umschaltbox schaltet selbstständig bei Stromausfall auf Inselbetrieb. Somit können Sie weiterhin alle Verbraucher nutzen, bis der Strom wieder da ist. Die E-Ladesäule lädt schnellstmöglich und energieoptimiert Ihr Auto und benötigt keinen allstromsensitiven Fi. Blue-Control-Aktoren schalten und dimmen die Beleuchtung oder steuern die Farben und die Helligkeit der angeschlossenen LED-Strips. Beschattungsaktoren können für Rollladen, Jalousien und Markisen verwendet werden. Die intelligente Vernetzungstechnologie baut sich selbstständig auf, hilft sich bei Störungen selbst und erhöht somit enorm die Betriebssicherheit. In der Software mit der Ausbaustufe Pro ist die Bedienung mit einem visualisierten Grundriss auf dem Tablet oder Touch-PC möglich. Sowohl die Energieflüsse als auch das komplette Energiemanagement-System werden in dieser Ausbaustufe visualisiert. Es ist alles aufeinander abgestimmt und frei skalierbar. Mit der COPS Smart Home Lösung Blue-Control haben Sie für die Zukunft alles richtig gemacht. Vielen Dank.